hmm lass uns mal nach oben gehen in der werkstatt ein erstes buch das gibt es gar nicht habe schon geguckt das auch nix das bürgen sehen lassen nicht gesehen das ist ja doof hmm gucken wir hier irgendwas hinkriegen mit 10 gas ich ticke hier kurz mal durch ob ich irgendwas finde hier ist den gas construct genau sie versenken ziegel müssen wir alle machen ach du scheiße hier hier Können wir eine Werkstatt so mitbauen? Das müssen wir jetzt ja so ein bisschen hier mal durchwuseln, ich guck hier grad mal so ein bisschen. Okay, so einen Werkzeugtisch kriegen wir hin. Das ist nicht weiter wild, den baue ich mal schnell. Dann habe ich schon mal die Werkstation. Mit der Werkstation gehe ich jetzt schon mal nach unten runter. Ja, wir müssen aber Stück für Stück kurz vor machen. Genau, super, da ist die Tür davor, gut. Jetzt haben wir hier die Werkstation. Die haben wir. Sehr gut. Als nächstes brauchen wir so einen Schablontisch. Wie geht der denn? Dazu brauchen wir eine Schablone, eine leere. Schablone kriegen wir aus Stöckern und sowas hin. Okay, jetzt habe ich mal vier Schablonen. Ein Schablontisch. Ein Schablontisch. Ein Schablontisch. Ein Schablontisch haben wir. Da bauen. Kann ich aber nur da bauen. Aber eine Truhe. Ähm. Jetzt haben wir eine Schablontruhe. Die haben wir auch schon. Es wird. Es wird. Siehst du das? Es wird. Ja. Puh. So. Aller Anfang ist schwer. Und jetzt haben wir diese... jetzt müssen wir diese Werkzeugässe bauen. Ach nein. Wir können aber vorher nochmal... so. Ähm. Wir wollen ja nicht selbst die guten Werkzeuge. Da brauchen wir... Kannst du mir mal vier Eisenblöcke mitbringen? Ein Blöcke? Ja. Aber du kriegst das hin. Ein Blöcke. Ein Blöcke. Kierstück, Bauri. Ein Blöcke. Und ein Blöcke. Ja. Ein Blöcke. Ja. Ein Blöcke. Für die Werkzeugesse brauche ich dann quadratisch versenkte Ziegel, versenkte Ziegel, da brauche ich Mörtel, wir brauchen Kies, Sand und Ton, dann können wir Mörtel herstellen, Kies, Sand und Ton, ich baue aber mir vorher hier nochmal eine kleine Truhe nochmal zur Sicherheit, ist ja nicht verkehrt hier nochmal eine Truhe zu haben, wo man Sachen reinpacken kann, zack, so, sehr gut, 10, auch 10, da ist noch was drin, da auch, da ist noch was drin, da auch, welche Truhe, unten bitte, unten in die Truhe, wo wir die Schmiede bauen, da ist auch schon eine Truhe, da bitte hin, hier unten runter, wo ich stehe, so, 4-1, ich hab dich geholt, genau so, ich alles verwirrend hier, so jetzt erstmal ein bisschen Ton nehmen Sand aus die Sandschaufel Sand muss man eigentlich alles haben, ähm... Sand... Wollen wir hier denn Sand? Haben wir gar keinen Sand? Glaube nicht mehr... Hier ist Sand, 17... Ja... Ja, schaufeln wir mal bisschen Sand nochmal bitte... Natürlich nicht direkt vor der Haustür, sieht mal bisschen doof aus... Du hast jetzt ja ein Atlas, ne, nimm ihn mit bitte... Hi... So, ähm... Ich wollte machen... Was wollte ich machen? Wörtel! Pfff... Okay, hier ist Sand... Oh... Ich wollte machen Wörtel... Wie ging dir... Okay... Das geht so... Das geht so... Flup, jetzt habe ich 34 Mördel... Okay... Das pack jetzt mal hier wieder rein... Den Ton... So... Wo ging's nochmal Richtung Wüste? Guck doch aufm Atlas! So, und mein... Ich bin jetzt schon mal den ersten Mörtel... Wir wollen mal gemeinsam Sand holen gehen... Steinziegel mach wir denn als Fußboden... Ja, ich muss mal kurz eine neue Schaufel bauen, warten Sie bitte mal kurz. Bevor ich loslaufe. Hm. Ja, und laufe gleich mal los. Lass mich nur kurz in den Atlas gucken. Um Wüste. Dann müssen wir nur... Nach Wehen der Erkältung müssen wir nur Richtung Süden gehen. Okay, dann kommen Sie mal mit, junge Frau. Hier lang gehen, hier ist eine Wüste, wo Kakteen sind, da ist eine Wüste, da gehen wir hin. Ja. Okay, nebenbei. Mach das. Ich muss mal Schwerte annehmen, man weiß ja nie was passiert. Schwubidubidu. Du kommst, du folgst. Mach ich doch gar nicht, doch ganz normal. Ich hab nur Angst vor dem Regen, ich werde nass. Weiß man's? War doch nicht so gut. Wir sind hier in der Wüste, aber hier ist nix. Toll. Börsche, was willst du hier? Das ist gar keine Wüste hier. Oder? Hast du ein Bettchen aufgeladen? Hast du ein Bettchen mit? Pfff. Bettchen. Was? Hast du ein Bettchen mit? Was? 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 Ja. Ich hab ein Bettchen. Ich liege. Meine Pussy hier, meine Güte. Das ist hier leider keine Wüste. Schade eigentlich. die wüste gehabt sagen sie alle laufen wir doch mal alles nix nach wüste aus gucken wir mal hier gibt es einen weg irgendwo sind die nette nachbarn ich habe sie gerade gehört hm ich bin dafür wir nehmen diese selten davon hier gibt es genug sand den körper mitnehmen das neue schaufel von volvo die schafft was die bagger oder was einsam ich glaube wir müssten irgendwann mal so eine rund reise machen erforschen und rohstoffe sagen wir egal was wir finden was alles gebrauchen können mitnehmen ich wollte ja eben ist das eine andere doch noch mal vergrößern ja das habe ich schon wo einsteckt sind habe schon voll schaut es bei dir aus das ist für den mann kennt er ja das war was dream schuki hustet immer das ist meine kleine husi nette weißt du denn auch husi netten bärchen so ist es das auch keine ahnung da will ich nicht rein weil sieht das kaka aus kack ist immer doof hier gibt es auch kaka ich habe schon über zwei stecks ich weiß nicht müssen wir mal gucken ich weiß nicht müssen wir mal gucken ich weiß nicht müssen wir mal gucken das finde ich uncool da gibt es keinen ton so viel ton haben wir nicht mehr ne das würde das siehst du von oben ob da ton drin ist brauchst du nicht abtauchen da ist nix das sehe ich von hier 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 hm kein ton kein bisschen tun waren wir hier schon mal wo sind wir denn eigentlich keine ahnung aber der kommt gut voran so wie gut und dafür berg das auch nichts da sieht man kann man die hier so ein bisschen abbauen kommt man gar nicht rein so scheiße dann verließen sie ihn oh toll warten wir kurz schaufel macht das ich bin ja auch doof aber mein rucksack hier kann das ganze umpacken ach bin ich dämlich so teilt kies haben wir genug mit dem ton aber wir bauen erst mal jetzt die ersten steinziegel brennen ja du hast doch ein atlas ne ich möchte mich hier noch weiter gehen ich möchte mich noch mal nach Hause auch jetzt hier aber als ich finde es nach Hause du findest ihr nach Hause wird da schon wieder kacke vorsichtig nicht reinfallen das riecht aber so unangenehm wird allein kaktus vergessen nehm ich mal mit die müssen wir dann wieder brennen ja 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 ich bin wir jetzt einfach mal hallo herr stier hat ein großes gewalt aber ein alter bestimmt so müssen irgendwo hier hoch um dann festzustellen dass wir hier verkehrt sind okay mal kurz gucken ja guck mal ist aber tun gefunden sehr gut hier vorne schon ausgucken war wahrscheinlich schon so maxi wieder folgen sie kommt so der blubel vorhin vorbeigekommen oder so einer ähnlichen aus der gattung ihr freundet so sieht es aus halt hier mit nur berg sich in hose gemacht hat so sieht das aus so weiter geht's das will keiner sehen ok du hast noch ein kleines euter du bist ein richtiger stier eine straße sind auf dem richtigen weg das wird dunkel schafft man es noch im hellen nach hause ganz nicht mal weit noch 25 hügelchen und dann sind wir da das sind meine großen pfeifenreiniger es hat noch zeit so und ich sehe unser haus ich sehe es moment war was für die später wird noch hier und so hier die schmiede hinbauen können aber glaube ich da unten ist es doch besser irgendwie gerne mal so pferdestein hinbauen oder sowas hallo spinnchen siehst du nicht gut wird der hund gehauen oder als pferd richtig fährder hauen der ärger kommt der tierschutz so ganz schön jetzt hier rein so du kannst du willst mörder herstellen nein musst du nicht mörder herstellen warte mal ich muss erst mal ein trümpel du brauchst sand, kies und ton ne scheiße brauchst du dazu nicht aber meine kaktusse kann ich mir derzeit schon mal bereit du machst mörtel kaktusse haben zeit ich packe erstmal alles hier in die truhen rein das ist hier was ich habe es war weg kommt so hast du gefunden wie mörtel geht warte ich bin ja nicht soweit kies kies ach mein ton habe ich mitgeschleppt genau stellst du erst mal mörtel her ganz viel so viel wie du kriegen kannst erst mal weiß ja nicht wie viel wir brauchen ich habe schon mal ein paar versenkte ziegel kannst du dann hier unten den ganzen ton brennen wenn du möchtest diesen großen brennraum vor unserer großen schmiede wo es runter geht ne versenkte ziegel oder so was brauche ich ok versenkte ziegel oder so was brauche ich ok nein kann es hat gesagt kommt es runter dann kannst du brennen die mörtel da wo die neuen öfen in der wand sind bevor es runter geht zur schmiede ach das sind ja die neun genau da kann ich den da kann ich den immer noch ja sehr gut so ich baue jetzt diesen die werkzeug esse ich habe keine werkzeugstation habe ich doch warum geht das nicht da kann ich das denn nicht machen geht das denn nicht ich kann ihn nicht bauen ich kann ihn nicht bauen die werkzeug esse warum das denn nicht ich kann ihn nicht bauen in die truhe hier unten wo ist die eisblöcke das denn für eine die 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 die